Na alle zusammen, mich ist wieder heute Lounge und euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns würde ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Mount aus der Protosynthesenschmiede. Und zwar habe ich euch da ein schönes Spinnenmount rausgesucht. Hier haben wir nämlich einmal den unergründlichen Krabbler. Und dieses Spinnenmount kann man, wie gesagt, in der Protosynthesenschmiede einmal herstellen. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir uns einmal das Mount Special an. Ja, ist schon recht eindrucksvoll. Und diesmal haben wir quasi hier eine rote Farbvariante der Spinnen. Da haben wir ja schon ein paar mehr, die ich euch unter anderem schon in ein paar Videos näher gebracht habe. Wie wir das Mount uns jetzt craften können, werde ich euch jetzt einmal zeigen. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede. Aber erst, wenn ihr eine Vorquest bewältigt habt. Diese Vorquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbanden eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir und die schimpft sich einfach Chiffrin-Konsole. Bei der Chiffrin-Konsole müssen wir dann folgendes skillen und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soar Thomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Hult des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste seht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die startet einmal auch wieder in der Hult des Pilgers. Schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben. Kriegen schon mal ein paar Matts fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten. Das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes losteakern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum nächsten Plan und zwar zum unergründlichen Krabblerplan. Und den kriegen wir von einer Spinne und dafür müssen wir aber ein, zwei Sachen machen. Und zwar, wir müssen einmal hier in die Höhle des Verbanden, also die dürftet ihr, denke ich mal, kennen, aber nicht leben, sondern wir müssen uns vorher umbringen. Ich habe einfach ein paar Vieh, nicht gekillt, sondern zusammengepult, mich umbringen lassen. Und dann müsst ihr einmal hier in die Höhle rein und wenn ihr dann da drin seid, als Geist, dann seht ihr hier diese Riesenspinne und die könnt ihr einmal anquatschen. Und wenn ihr die angequatscht habt, kriegt ihr einmal den Bauplan, Bauplan unergründlicher Krabbler. Sobald wir uns dann den Bauplan von unergründlichen Krabbler besorgt haben, brauchen wir ein paar Materialien. Wir benötigen als allererstes ein paar Genesis-Partikel und davon insgesamt 500 Stück. Dann brauchen wir eine Protoform im Findungskrone. Und als allerletztes brauchen wir noch ein Tachnaridengitter. Und sobald wir die Materialien haben, können wir das Mount einmal zusammenbasteln. Wo wir die herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. Ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pads einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen. Und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in einer Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis-Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen. Einfach rein queuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, es sind zwei 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie denn alle antacken. Ich kann euch noch ein, zwei Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt. Dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens drei Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitalisch schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern. Alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit erschaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Live haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts. Und ich fahre einfach 2-3k DPS. Das ist einfach nur Toxitalisch passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFKt, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet. Denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt glaube ich bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbanden in der 2. Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das 1. bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mitskillen. Hier das Letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Wie funktioniert das? Wenn ihr das 1. geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren. Und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Hier zum Beispiel, da haben wir es schon toxetonisch. Das könnt ihr euch holen. Oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also, das toxetanisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall Passive Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also, ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold überhabt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir jetzt noch zum Tachnaridengitter. Und das können wir von den ganzen Spinnen-Mobs kriegen. Unter anderem von diesem Tachnarid hier unten. Die sind hier auf den Koordinaten 56, 30. In dem größeren Bereich sind hier diese Spinnen. Und natürlich kann die Mutterspinne das auch druppen. Die hier einmal in der Höhle bei den Konanen 54, 43 ist. Ne, 34, so rum. Dann schauen wir uns an, wo wir die Protoform-Empfindungskrone herbekommen. Und die bekommen wir von allen Automamobs. Am besten könnt ihr sie meiner Meinung nach hier in dem Bereich farmen. Ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 60, 46. Hier sind nämlich neben den 2, 3 Elite-Mobs auch ewig viele Non-Elite-Automamobs. Und ich habe hier in 20, 30 Minuten eigentlich zwei von diesen Kronen bekommen. Das ging relativ gut. Eine habe ich tatsächlich auch in der Raid-Instanz bekommen. Da sind ja auch ein Haufen feindliche Antomer oder Automer. Und dementsprechend kann man das da auch ganz gut farmen. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Also am besten farmt ihr da oben die Non-Elite mit, die hier. Und unten sind dann auch noch mal welche. Und die spawnen hier relativ zügig tatsächlich. Man kann die hier recht gut farmen. Es gibt noch ein paar andere Spots. Die kann ich euch jetzt auf der Map auch noch einmal zeigen. Und zwar hier oben auf der Insel gibt es auch einen Haufen Atomer. Vor allem die Arbeiter droppen das relativ gut. Und einmal in dem Gewölbe hier gibt es auch ein paar, die man farmen kann. Wie gesagt, ich finde aber den Spot hier tatsächlich am besten. Da sind am meisten Mobs, die ihr zusammenziehen könnt. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mudds besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt. In einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter. Und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch noch einmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mudds farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch noch einmal kleine extra Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Tchala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.